Erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich halte im Augenblick relativ wenig Grundeinkommensvorträge. Es gab früher mal eine Zeit, da war das anders, etwa einen pro Woche, jetzt ist es vielleicht einen pro Halbjahr. Man fragt sich immer ein bisschen, woran liegt es, aber ich glaube, man gewöhnt sich, wenn man über diese Thematik nachdenkt, auch an den Gedanken, dass es halt Ideen gibt, für die ist die Zeit gekommen und es gibt die Ideen, die muss man halt noch ein bisschen vorbereiten. Und das ist aber auch in der Menschheitsgeschichte ganz normal, wenn man sich überlegt, wie Demokratie oder Frauenwahlrecht, das war auch nicht so, dass irgendwann einem das eingefallen ist und am nächsten Tag gab es das, sondern das wurde lange, lange in, wie soll man das sagen, in fast Untergrundkreisen oder zum Teil natürlich auch im Hochadel oder so immer besprochen, aber es kam halt noch nicht. Das ist ganz normal, dass sowas halt seine Zeit braucht. Wir können uns immer ein bisschen ermutigen mit der Tatsache, dass wir halt schon zu denen gehören, die da ein bisschen früher dran denken als andere, weil die Erfahrung mache ich auch immer viele, die sich für die Idee des Grundeinkommens interessieren. Die haben meistens auch, sagen wir mal, eine gewisse Offenheit gegenüber anderen Lebensfragen. Also das ist ganz normal, dass dann, wenn einer sich ein paar Fragen stellt und dann das auf die Wirtschaft überträgt, kommt man eigentlich automatisch zum Grundeinkommen. Aber weil eben gewisse Kräfte in unserer Gesellschaft ziemlich stark sind, die uns und viele von unseren Zeitgenossen auch eben vom Denken abhalten, sind es im Augenblick sozusagen die Speerspitzen der denkenden Bevölkerung, wenn man es so sagen kann. Das ist meine ganz subjektive Einschätzung, natürlich auch, weil ich selbst darüber nachdenke. Es ist immer schön, wenn man sich selbst als Speerspitze sieht. Man muss halt immer aufpassen, weil so Speerspitzen brechen auch manchmal ab. Aber gut, kurz zu mir, also in Frankfurt bin ich geboren und aufgewachsen, habe dann in Bad Nauheim zur Schule gegangen, habe in Frankfurt eine Banklehre gemacht, habe dann studiert im Grundstudium an der katholischen Uni Eichstätt, im Hauptstudium an der Handelshochschule in Leipzig, habe dann ein Unternehmen in Krakau gegründet, habe dann zwei Unternehmen als Gesellschafter begleitet, eins in Frankfurt und eins in Peking. Und durch das Unternehmen in Frankfurt kam ich auch wieder sozusagen in meine Heimatregion, habe mich dann nach Promotionsmöglichkeiten umgesehen und habe mich dann in Karlsruhe beworben, weil ich durch meine Abschlussarbeit das Buch vom Reinhold Wirth in der Hand hatte, Entrepreneurship in Deutschland, also Gründung in Deutschland. Und als ich mich beworben habe, war der Herr Wirth schon gar nicht mehr auf dem Lehrstuhl, sondern der Herr Werner, da habe ich dann gleich gesagt, es ist mir egal, bei wem ich promoviere. Und so kam ich eigentlich zum Herrn Werner und zur Thematik. Das ist ganz komisch, weil ich eigentlich schon mindestens 15 Jahre vorher, seit meinem 17. Lebensjahr, immer wieder überlegt habe, wie kann man eigentlich die Menschen in größere Freiheit bringen. Also natürlich immer erstmal, stört es mich, wenn ich bevormundet werde, da habe ich gesagt, irgendwas muss es geben, dass ich in Freiheit komme. Und wenn man das jetzt nur für sich in Anspruch nimmt, dann ist da natürlich ein kategorischer Fehler drin, also muss man es grundsätzlich erstmal dann auch für alle Menschen wollen können. Und so kam ich eigentlich zum Thema Unternehmertum und habe mir gesagt, naja, also wenn alle genügend Geld haben, dass sie von niemandem mehr unterdrückt werden können, dann hat ja jeder mehr Freiheit. Und das habe ich dann durch Studium und so weiter ein paar Jahre gemacht und durch diesen Zufall, in Anführungszeichen, kam ich dann zu Herrn Werner und habe dann das Grundeinkommen kennengelernt. Und habe dann gesagt, damit geht es ja eigentlich systematisch noch viel sinnvoller. Also ich musste mich ja selbst da jahrelang reindenken und ich habe das dann verglichen mit der Einführung der Demokratie. Also wenn wir das Grundeinkommen, bedeutet ja Freiheit im Wirtschaftsleben, im politischen Leben bedeutet Demokratie jedenfalls mehr Freiheit als im Feudalismus. Und man kann natürlich, wenn es keine Demokratie gibt, sich überlegen, ja, wie bringe ich die Menschen in Freiheit, muss man sagen. Also muss jeder möglichst Freiherr oder Freifrau werden, also müssten jetzt alle Barone werden, um frei zu sein. Oder man kann sagen, naja, da führen wir doch gleich Demokratie an, dann haben wir halt einen Bürgerbegriff und grundsätzlich ist erstmal jeder Bürger, jede Bürgerin sein eigener Herr, ihre eigene Herrin oder Frau. So, und deswegen ist für mich das Grundeinkommen für das Wirtschaftsleben so ein bisschen das, was die Demokratie, wo wir natürlich auch noch weit von dem entfernt sind, was eigentlich mal zu erreichen ist in der Demokratie. Wir haben ja im Augenblick nur Parlamentarismus in Deutschland, aber das ist wieder ein anderes Thema. Genauso ist es mit dem Grundeinkommen auch. Mit dem Unterschied, dass wir das halt noch nicht einmal haben. Wobei das auch nicht so ganz stimmt, in manchen Regionen gibt es das schon, aber da können wir jetzt gleich ein bisschen drüber sprechen. Also so kam ich zum Grundeinkommen. Der Herr Werner hat dann, so verdienstvoll ich das finde, dass ich durch ihn zu der Thematik gekommen bin, relativ tatenlos zugesehen, wie das Institut wieder geschlossen wurde. Und ich bin deswegen der Einzige und werde es aus jetziger Sicht auch bleiben, der bei ihm promoviert hat. Er hat ja eine Professur da gehabt in Karlsruhe am Institut für Entrepreneurschef. So, und ich habe jetzt am Montag mal wieder mit ihm telefoniert, habe gesagt, dass ich heute hier bin, also soll auch herzlich grüßen. Aber ansonsten kümmert er sich halt um seine Zipperlein und da war ich dann persönlich ein bisschen auch enttäuscht. Das ist nicht ganz fair, aber ich habe da manchmal gesagt, wenn der Herr Werner das Grundeinkommen wollte, dann hätten wir es schon, genauso wie die EM. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber ich denke mir schon, also er ist bestimmt einer von denen, die am meisten dafür getan haben, aber auch einer von denen, die am meisten dafür unterlassen haben. Wenn wir noch viel mehr tun können. Aber gut, jetzt habe ich heute keinen Vortrag über die Biografie von einem lieben Mentor, der ja nach wie vor ist, sondern habe dann bei ihm die Thematik kennengelernt. Ach so, im Augenblick bin ich übrigens, ich habe dann also, wie war denn das, nach Herrn Werner war ich ein Jahr lang Chefvolkswirt bei der GLS-Bank, ich weiß nicht, ob die jemand von Ihnen kennt, die GLS-Bank in Bochum, bei Herrn Jorberg, bin dann wieder als Postdoc und habe die Tant an die Uni Karlsruhe zurückgegangen, war dann ein Jahr in den USA, dann ein Jahr in Kanada und bin jetzt seit etwa einem Jahr auch hier in Magdeburg, baue hier ein Transfer- und Gründerzentrum auf, oder habe das aufgebaut, wir haben jetzt Mittel beantragt, zwei Millionen vom Land, die sind auch bewilligt worden, am Dienstag wird der Minister den Bewilligungsbescheid übergeben, dann bin ich aber schon nicht mehr dabei, weil ich, ja, hat alles Vor- und Nachteile. Wie Herr Werner immer gesagt hat, Mangel schafft Begehrlichkeit. Wo ist eigentlich der Pässe? Entschuldigung, das ist übrigens von der Zauberflöte, auch ein sehr schönes Stück. Gut, also ich habe jetzt Gott sei Dank einen Ruf bekommen an eine andere Universität und werde da ab 1. Dezember auch sein. Und dann schauen wir mal, vielleicht führen uns die Wege wieder hier nach Magdeburg, weil ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, ihr habt mich ein bisschen in die Stadt verliebt. Aber gut, so, also soviel zu mir, dann zur Thematik. Also erstmal freue ich mich riesig, dass es Menschen gibt, die sich nach wie vor für das Thema erwerben und deswegen freue ich mich dann auch über die Einladung, ein bisschen was darüber zu erzählen, wie man es finanzieren kann. Ich kenne jetzt natürlich von den meisten von Ihnen die Hintergründe nicht, das heißt, es ist bestimmt so, dass an fast allen Stellen irgendjemand von Ihnen mehr weiß als ich. Also deswegen ruhig bitte immer reingrätschen oder ergänzen. Was ich machen möchte, ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob Sie mal den Herrn Werner in einem Vortrag kennengelernt haben, er hält immer fantastische Vorträge, die halt die Seele ansprechen und dann fragen sich viele, ja, wie soll es denn jetzt funktionieren und dann sehen viele nicht, wie es funktionieren soll und könnte und dann geben sie wieder auf. Und an der Stelle finde ich, hätte er und hätten wir noch ein bisschen mehr, müssen wir noch ein bisschen mehr machen, deswegen jetzt auch der Vortrag. Und der Punkt war, ich kam aus einer ziemlich, wie soll man das sagen, also aus einer, wie sagt man das, also aus einer Mainstream-wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung und habe dann aus der Not heraus gewissermaßen, also weil ich halt bei Herrn Werner dann promoviert habe, musste ich mir irgendwie einen logisch nachvollziehbaren Weg von dieser klassischen ökonomischen Theorie hin zu Herrn Werners Denken bahnen. Und wer von Ihnen beides kennt, der weiß, dass es nicht trivial ist. So, also das hat mehrere Jahre gedauert, mindestens eins, bis ich meinen ersten Grundeinkommensvortrag gehalten hatte und aber insgesamt vier oder fünf Jahre. Und ein Charakteristikum der Arbeit bei Herrn Werner, bei jemandem, der so viel weiter denkt, wie ich zumindest, in vielen Punkten, ist es sehr oft so gewesen, dass ich gesagt habe, das kann nicht stimmen. Aber wenn ich lange genug darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, stimmt doch. Und deswegen versuche ich mich auch mit Urteilen über sein jetziges Verhalten zurückzulaufen. Vielleicht, wenn ich 70 bin, sehe ich, dass er recht gehabt hat. Davon gehe ich sogar im Augenblick aus. Aber ich bin halt noch gar 70 und deswegen rege ich mich noch darüber auf. Gut. Und wenn man es dann selbst verstanden hat, ist die Frage, wie bringst du eigentlich sowas in einen Vortrag, der manchmal eine Stunde dauern kann, manchmal auch nur 20 Minuten. Und in meiner Erfahrung Sinnvollste ist, wenn man es mit Bildern macht. Also ich versuche sozusagen zwei, drei Bilder jetzt kurz gemeinsam mit Ihnen zu entwickeln und dann können Sie sozusagen, wann immer Sie mal über den Vortrag wieder nachdenken, über die Thematik wieder nachdenken wollen, brauchen Sie sich nur diese Bilder wieder vor Ihr geistiges Auge zu rufen und das wieder gedanklich durchzugehen, dann können Sie sich das wunderbar immer wieder selbst rekonstruieren. Also anhand dieser zwei beziehungsweise drei Bilder. Es sind eigentlich nur zwei Bilder, aber die Achsenbeschriftung ist ein bisschen anders. So, bevor ich jetzt mit den Bildern anfange, weiß ich vielleicht noch, das wissen Sie aber besser als ich, dass es natürlich ganz viele Grundeinkommensfinanzierungsmodelle gibt. Eins wird gleich noch der Kollege Schachtschneider erklären, mit dem ich, wie ich dann festgestellt habe, 100% einer Meinung bin. Wir freuen uns sehr, dass außer uns dann auch noch andere genau in die Richtung denken, auf Basis einer Ressourcenrendite ein Grundeinkommen zu finanzieren. Also das ist eine Möglichkeit, die zum Einstieg einfachster, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch die Grundeinkommen, also den Leuten erklären wollen, dass ein Grundeinkommen eigentlich ganz einfach zu finanzieren ist, ist die einfachste Möglichkeit, die ich kennengelernt habe, wenn Sie über das bestehende Steuersystem gehen, also über das, was die Menschen schon kennen. Und was ist es? Natürlich klassischerweise erlebt die Einkommenssteuer. Und für die Einkommenssteuer hat Milton Friedman, überraschend, weil er ist eher ein Mainstream-Ökonom, aber an der Stelle tatsächlich weit über sich hinaus wachsend ein Grundeinkommen vorgeschlagen, 1962. Und jetzt sage ich Ihnen auch ganz kurz, wie er sich das gedacht hat. Und das zeigt eigentlich, wie man das bestehende Einkommenssteuersystem mit einem Pinselstrich, wenn es genügend Menschen denken können, gesetzlich ist es dann nur ein Pinselstrich, ändern kann, sodass man ein Grundeinkommen bekommt. Und Milton Friedman hat, achso, Sie haben ja vorher, glaube ich, vom Raimund Acker auch schon über solidarisches Bürgergeld gehört. Also das ist dieses solidarische Bürgergeld und das, was das HWWI in Hamburg gemacht hat oder machen wollte oder vorgeschlagen hat, basiert im Grunde auf diesen Milton Friedmanschen Ideen. Und also um es in einem oder anderthalb Sätzen zu erklären, hat er eben 1962 vorgeschlagen, dass jeder US-Bürger, jede US-Bürgerin, die unter 600 US-Dollar Einkommen hat, für jeden Dollar, den sie oder er drunter liegt, 50 Cent vom Staat bekommen soll. Das heißt, wenn man jetzt kurz durchrechnet und jemand hätte überhaupt kein Einkommen, würde diese Person dann ein Anrecht auf 300 US-Dollar vom Staat haben. Und das hat 1962, wer sich noch erinnert oder die Eltern, 300 Dollar 1962, da konnten wir vielleicht keine großen Sprünge machen, aber es hat für ein bescheidenes Leben und Überleben gereicht. So, und dann hat Friedman gesagt, man kann es im Grunde, und es gibt dann später noch ein Interview mit Eduardo Suplicy aus Brasilien, mit Friedman, wo er ihn gefragt hat, ist das nicht das Gleiche wie ein Grundeinkommen? Da hat er gesagt, ja, ja, genau, das ist genau das Gleiche. Weil Friedman selbst nennt es halt nicht Grundeinkommen. Aber, okay. So, und dann hat Friedman gesagt, okay, wenn wir das so machen, dann können wir es im Grunde auch, also andersrum machen, mathematisch ist es nämlich genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt jedem US-Bürger und jeder US-Bürgerin Anfang des Monats 300 Dollar aufs Konto überweist und alles, was er oder sie darüber hinaus verdient, mit 50 Prozent besteuere. 50 Prozent klingt jetzt erstmal viel, aber weil ja jeder sozusagen erstmal was kriegt, und wenn man das verrechnet, zahlt man, also bekommt man Steuern raus, deswegen Negativsteuer, bis zu dem Zeitpunkt, wo man 600 US-Dollar verdient hat, Einkommen hat. So, und im Grunde kann man das genauso, wie Straupa und Althaus und so, das für Deutschland vorgeschlagen haben, sagen wir halt nicht 300 US-Dollar, sondern sagen wir heute 1000 Euro und dann haben wir im Grunde mehr oder weniger das Gleiche. Und das ist eigentlich was, wo dann jeder sieht, ja, okay, wenn ich das Einkommen ab dem ersten Euro versteuern kann, heute habe ich einen Einkommenssteuerfreibetrag, dann kann ich das Einkommen ab dem ersten Euro besteuern, da fällt dann schon was ab. Insbesondere ist schön, da hat auch Straupa immer darauf hingewiesen, dass ich das dann auch als Quellensteuer für Zinserträge und so weiter zahle. Ich zahle einfach, von jeder Zinsen, von jedem Zins, der gezahlt wird, ziehen wir das gleich mal ab. Gut, also das ist zum Einstieg relativ einfach, kann man das denken, wenn Sie einfach diese Zahlen merken, 600 Dollar, 300 Dollar und dann sagen, so oder so kann man es machen. Davon werden Sie jetzt noch keinen überzeugen, wenn er vorher überzeugt ist, aber jedenfalls kann jeder, der das zum ersten Mal hört, dann erahnen, dass es größenordnungsmäßig schon irgendwo machbar ist. Während ja die meisten heute immer vor diesem Berg stehen und dann anfangen zu rechnen, 800 Euro, mal zwölf Monate, mal 80 Millionen, das kostet ja eine Billion und das ist so. Wenn ich so rangehe, dann ist es natürlich nicht finanzierbar. Aber wenn ich es über diese Freak-Mensche-Linie erkläre, dann sage ich, na, größenordnungsmäßig kommt es hin. Du brauchst vielleicht nochmal 10 Milliarden hier oder da, aber irgendwie größenordnungsmäßig kommt es hin. So. Und mit der Mehrwertsteuer ist es noch ein bisschen trickreicher, weil da muss man eigentlich, und dann komme ich jetzt gleich auch zum ersten Bild, da muss man eigentlich einen Paradigmenwechsel vollziehen. Das ist jetzt für Leute, die sich sowieso mit dem Grundeinkommen schon befasst haben, keine große Kunst, weil die haben dann schon den Paradigmenwechsel vollzogen. Aber wenn wir jetzt, ich habe ja auch oft Vorträge von Leuten gehalten, die eben noch nicht sozusagen sich mit der Thematik befasst haben, und es geht Ihnen vielleicht auch so, dass Sie sagen, ja, wie erkläre ich es dem jetzt? Und da muss man halt sozusagen zum Einstieg diesen Paradigmenwechsel irgendwie ein bisschen ermöglichen. Und wie macht man das, wenn man einen großen Felsen bewegen will, da muss man irgendwie erstmal so ein bisschen rütteln, dass es so dann beweglicher wird. Und was erfahrungsgemäß sehr, sehr hilft, diesen Einstieg zu finden, ist, wenn man sich Folgendes klar macht, wie sich unser Wirtschaftsleben in den letzten 200 Jahren verändert hat. Und ich kenne keine Grafik, die das deutlicher macht, als die, die ich jetzt gleich anzeige, ist auch eine ganz einfache Abbildung, aber daran können Sie es immer wieder für sich selbst und andere klar machen, was eigentlich in den letzten 200 Jahren passiert ist. Nichts anderes als ein völliges Umkrempeln der Wirtschaftsart und Weise. Wenn Sie, also dann male ich es vielleicht während, ich erzähle auch gleich mal an, was haben wir jetzt heute, 2015, glaube ich, 2015, also vor 200 Jahren hatten wir 1815 und wenn wir uns fragen, wie viel Prozent der Bevölkerung haben vor gerade mal 200 Jahren, das ist nicht so viel, da war noch nicht mal der Wiener Kongress, übrigens 1800, irgendwann, ich glaube, wann waren das genau, also um 1810 plus minus fünf Jahre haben die Magdeburger die stärkste preußische Festung mit Kanonen bis an die Zähne bewaffnet, mit 20.000 Soldaten bestückt, an 7.000 anrückende französische Soldaten kampflos übergeben, ohne dass ein Schuss gefallen ist und die hatten nicht immer Kanonen. So tief hat der 30-jährige Krieg bei denen in den Knochen gesessen, dass ich gesagt habe, das passiert uns nicht noch mal. Also die Menschen sind bereit, an umzudenken, aber es ist schon ein spannendes Thema. Gut, okay, also etwa zu der Zeit, wenn man sehen muss, also wie viel Prozent der Menschen haben in der Landwirtschaft gelebt und gearbeitet? Genau, so 80 bis 90 Prozent. Der Rest war dann Klerus und Adel und so. Und wie viel sind es heute? Sechs, je nachdem, ob man Forstwirtschaft auch noch dazu zählt, also im unteren bis mittleren einstelligen Bereich, also zwei, drei, vier, fünf, sechs Prozent. Das kommt auch dann wieder aufs Land an oder so, aber genau in der Größenordnung ist es genau das. Vielleicht noch ein Beitrag, den die Landwirtschaft leistet, das ist ungefähr 0,7 Prozent zum Bruttoinlandspunkt. ist es heute so wenig und das Interessante an der Tatsache scheint mir aber auch zu sein, dass in absoluten Zahlen viel mehr geerntet wird als vor 200 Jahren. Also übrigens, da werden wir jetzt heute nicht drauf kommen, wenn man sich klar macht, dass weltweit Nahrungsmittel geerntet werden, die für die Ernährung von mindestens 12 Milliarden, manche Studien sagen 19 Milliarden Menschen, reichen. Also die Nahrungsmittel, die auf dem Planeten geerntet werden, reichen für 12 Milliarden und wir leben hier mit 7 Milliarden und eine Milliarde verhungert. Da muss man sich fragen, ist es eigentlich Gott gegeben oder so und aus meiner Sicht gibt es keine andere Möglichkeit außer das Grundeinkommen. Also gut, Ihnen muss ich es nicht erzählen, aber ich habe noch nicht begriffen, warum es der Rest der Welt nicht versteht. Aber gut, hier zur Thematik, also vor 200 Jahren 80, 90 Prozent, jetzt 1 Prozent. Wie macht man das grafisch ganz einfach deutlich? Und zwar indem, man sich fragt, ja was bedeutet das für den Handel, den die Menschen untereinander treiben müssen? Wenn alle für sich selbst sorgen, dann brauchst du ja eigentlich nichts zuzukaufen. Hast du Pökelsalz vielleicht mal oder so, mehr brauchst du nicht. Also wir haben sozusagen mal das Marktvolumen 1815, also egal wie niedrig man ansetzt, sagen wir mal, das war 100 Prozent, 1815, mehr als Null, aber jedenfalls nicht sehr viel. und das steigt halt, mit der zunehmenden Arbeitsteilung heißt es natürlich, dass wir Güter und Dienstleistungen tauschen. Also auch der Landwirt heute kauft den größten Teil seiner wertmäßig konsumierten Güter, also ein Auto oder eine Urlaubsreise, das kauft er alles ein. Früher, vor 200 Jahren, das ist alles selbst gebaut. So, also, wenn wir uns die Entwicklung des Marktvolumens anschauen in den letzten 200 Jahren, ist genau mehr oder weniger das hier der Fall, also eine Art exponentielle Kurve, das geht dann mal runter bei Kriegen oder so und dann kommt es aber wieder hoch. So, also man könnte es auch noch irgendwie eleganter zeichnen oder man könnte es ganz genau zeichnen, bei dem Krieg ist es aber da runtergegangen und so weiter, aber größenordnungsmäßig ist das die Entwicklung. Also das ist das Marktvolumen, die Entwicklung des Handelsvolumens in einer entwickelten Volkswirtschaft, an der man sich das klar machen kann. und das bedeutet epochal natürlich ein völliger Umschwung zu dem, was seit Menschengedenken vorher da war. Da haben alle immer nur für sich selbst geleistet. Heute haben wir die Realisierung des Prinzips der christlichen Nächstenliebe oder anderer Religion, aber die Nächstenliebe einer Trage des anderen Last ist heute funktional durch die Arbeitsteilung erfüllt. Also ich leiste heute ausschließlich für andere und das, was ich konsumiere, ist fast ausschließlich von anderen. Also wir sind eigentlich schon so gesehen im Paradies angekommen. Das Problem ist, dass wir ein Bewusstsein haben, was halt noch tief in unseren seelischen Knochen steckt von den 5000 oder 10.000 Jahren halbwegs kultivierter Menschheitsgeschichte, dass wir Selbstversorger sind. Also wir sind mitten in der Fremdversorgung, in der Arbeitsteilung angekommen, haben aber noch das Bewusstsein, ja ich arbeite ja für mich, für mein Einkommen und so. Also das ist genau der Paradigmenwechsel, der da wichtig ist. Also das ist sozusagen das Erste. Wenn man sich diese Grafik gemerkt hat und Sie werden sehen, die dritte Grafik sieht fast genauso aus nur mit der anderen Achsenbeschriftung, deswegen reicht es, wenn Sie sich zwei Grafen merken, zwei Abbildungen merken, aber das ist sozusagen jetzt die Erste. Die Zweite ist, wenn man sich jetzt klar macht, was das bedeutet und wie das abläuft, dieses Füreinander leisten, diese Arbeitsteilung, dann kann man sagen, dass am Anfang jeder Wertschöpfung die Natur steht. Also der Mensch greift irgendetwas auf, was er in der Natur vorfindet, bei Dienstleistungen ist es zwar ein bisschen anders, aber auch da findet er ja was vor und es gibt auch keinen, der eine Dienstleistung verrichtet, der nicht vorher was gegessen hat, also wir sind immer auf die Natur als Grundlage für unsere geistige Betätigung angewiesen und was der Mensch jetzt in der Natur vorfindet, verwandelt er in mehr oder weniger vielen Wertschöpfungsstufen, je nachdem, das kann man jetzt auch noch beliebig ausweiten, veredelt der Mensch gewissermaßen das, was er in der Natur im rohen Zustand vorfindet, veredelt er zu etwas Wertvollem. Deswegen sehr guter Punkt, da können wir sehr lange drüber sprechen. Wenn Ihnen das weiter interessiert, also da haben Sie bestimmt auch viele Buchempfehlungen, aber mein Lieblingsbuch in dem Zusammenhang ist von Hans-Christoph Binswanger, von der Uni St. Gallen, übrigens dem Doktorvater von Herrn Ackermann, aber viel reflektierter als der Ackermann, ein Buch, das heißt Geld und Magie, eine ökonomische Deutung von Goethes Faust und der weist wunderbar nach, wie der alchemistische Versuch, Gold zu produzieren, eingestellt worden ist am französischen Hof in dem Moment, wo man sozusagen diesen Wertschöpfungs- Veredelungsprozess entdeckt hat. Also was wir im Grunde machen, ist wir machen aus etwas, was in der Natur zunächst kostenlos vorliegt, Gold. Im Grunde ist es der alchemistische Prozess, da würde ich jetzt liebend gern weiter darauf einsteigen, ich möchte aber, mache ich jetzt nicht, aber nur eine Sache würde ich sagen, das ist auch was, oder vielleicht, doch, das gehört auch jetzt hier zum Vortrag dazu, die Natur, das gehört wirklich dazu, die Natur, was kostet die? Also wenn man sie verschandeln, kostet natürlich Geld, dass man sie wieder herstellt, aber die Natur ist erstmal kostenlos. die, die am meisten Probleme damit haben, das zu denken, sind die Wirtschaftswissenschaftler. Aber die Natur liegt kostenlos vor. Was kostet ein Kilo Kohle? Was kostet eine Tonne Öl? Nichts. Denn der liebe Gott schickt keine Rechnung, weder für die Sonne noch für den Wind. Also die Natur liegt erstmal kostenlos vor. Sie führt natürlich dann zu Kosten, wenn sozusagen durch den, der Mensch arbeitet ja mit der Natur und muss währenddessen leben und dadurch kommt es eben zu Kosten und Einkommen und so weiter. Die er dann braucht, um die Natur bearbeiten zu können. Aber die Natur erstmal, wie gesagt, der liebe Gott schickt keine Rechnung. Das ist so grundlegend, dass man sich das gar nicht oft genug sagen kann. Aber jetzt, um hier im Bild zu bleiben, was ist das Ziel der gesamten Wertschöpfung? Auch eigentlich eine schöne Frage, über die man lange meditieren kann. Ziel der gesamten Wertschöpfung ist der Konsum. Und normalerweise male ich jetzt hier das K hin für Konsum, aber da wir in einem auch kritischer denkenden Kreis sind, will ich zumindest andeuten, dass dieser Konsum auch wieder hinterfragt werden muss, wofür machen wir eigentlich Konsum? Und da müsste man eigentlich noch ein zweites K dahinter schreiben, das mache ich jetzt nicht, sonst wird es unübersichtlich. Ich lese das lieber, Konsum als materielle Fundierung für unsere kulturell geistige Entwicklung. Also der Mensch ist ja nicht hier, um zu konsumieren, sondern eben um sich als Kulturwesen geistig immer höher zu entwickeln. Dafür braucht er eine gewisse Grundlage. Brecht hätte gesagt, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Schiller hat es mal schöner ausgedrückt. Er hat gesagt, der Mensch ist noch sehr wenig, wenn er warm wohnt und genug zu essen hat, aber er muss warm wohnen und genug zu essen haben, damit sich die höhere Natur in ihm regen kann. Also Wirtschaftsleben hat keinen anderen Zweck, da lassen Sie sich nichts einreden, auch wenn sozusagen viele was anderes denken, hat keinen anderen Zweck, als die kulturelle, also menschheitsgeschichtlich gesehen, jetzt nicht von den Börsenberichten, aber menschheitsgeschichtlich gesehen, hat das Wirtschaftsleben keinen anderen Zweck, als die kulturell geistige Entwicklung des Menschen materiell zu ermöglichen, zu fundieren. Das sozusagen auf der Tonspur zu diesem K gesagt. So, und jetzt, der Wirtschaftsprozess findet immer so statt, jetzt wird es ein bisschen detaillierter, also man sieht es im Grunde schon so, wie ich es aufgezeichnet habe, haben Sie einen Wertschöpfungsstrom, der vom Naturpol zum Konsumpol geht, kann man sagen, Wertschöpfungs, und dann kann man noch sagen, Strom ist, das macht es nämlich ein bisschen schöner. So, und die Waren im Wertschöpfungs- und Dienstleistungen im Wertschöpfungsstrom werden gewissermaßen getragen von einem Gegenstrom, wir sprechen ja auch immer von Wirtschaftskreislauf, und die Waren fließen so wie auf dem Nil, sozusagen in Ägypten kann man sich das vorstellen, auf einem eben Gegenstrom, dass der Kreislauf intakt bleibt und das ist der Wertabrechnungsstrom. Der fließt gerade in die andere Richtung. Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja hier kann man ja gar nicht schreiben, weil die Natur kriegt ja nichts. Stimmt auch, aber Sie sehen dann schon, ich male jetzt keine Pfeile, aber man könnte so mal exemplarisch, beispielhaft so ein paar hier reinzeichnen, das ist natürlich für die Wertschöpfungsstufen und für die Menschen, die in den Wertschöpfungsstufen beteiligt sind. Das ist jetzt der nächste Schritt, wo Ihnen die Wirtschaftswissenschaftler rausfliegen, gedanklich, also vielleicht sind ja auch welche hier, aber die können schon das mit der Natur nicht denken, dass die kostenlos ist, und wenn ich jetzt das nächste sage, das können Sie schon zweimal nicht denken, das ist die Wertschöpfungssphäre, also das ist die Natursphäre, die Wertschöpfungssphäre und die Konsumsphäre, und beim Übergang von der Wertschöpfungssphäre in die Konsumsphäre haben Sie sozusagen das P für den Preis. Und alle Preise, das kann, also ich habe keinen Ökonomen kennengelernt, der das auf Anhieb denken konnte, wenn du eine Stunde mit deinem Bier sitzt, dann fängt er an zu, so, alle Preise, und ich selbst habe auch viel Mühe gehabt, das zu denken, also alle Preise lösen sich vollständig in private Einkommen auf, das kann man sich gar nicht oft genug sagen, alle Preise lösen sich vollständig in private Einkommen auf, egal was wir kaufen, egal was wir machen, alles löst sich vollständig in private Einkommen auf. Wenn man das jetzt anfängt aufzudröseln, dann kommen dann viele und sagen, ja gut, also das Einkommen von der Kassiererin, das kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen, aber da sind ja auch Zinsen drin, na klar sind da Zinsen drin, aber was sind denn bitte Zinsen? Das ist ein Betrag, den eine Bank erhebt und der kriegt und was macht die Bank mit den Zinsen? Also du zahlst entweder an Sparer aus oder an Bankeigentümer oder an Bankangestellte oder zahlst Steuern an den Staat, das sind alles, werden das private Einkommen. Steuern ist das nächste Thema, ja Steuern sind auch drin, ja klar sind Steuern drin, aber was macht der Staat mit dem, was er über die Steuern einnimmt? Ausgeben, entweder Beauftragten Gebäude oder Straßen, dann geht es an die Betriebe, an die Handwerker oder an Kapitaleigentümer und so weiter, aber es sind ja auch wieder Menschen, das ist ein großer Schleier in unserer heutigen Zeit, dass wir denken, ja die Unternehmen, das sind keine Unternehmen, das sind zwar Unternehmen, aber das gehören ja immer Menschen. Also der Preis löst sich vollständig im private Einkommen auf und deswegen kann man eigentlich, wie soll man das sagen, ja ne Punkt, kann man an der Stelle schon Schluss machen. So und jetzt kommt in Deutschland üblicherweise, in anderen Staaten auch, aber noch eine Mehrwertsteuer dazu, dann wird aus diesem Preis hier ein Nettopreis und hieraus wird ein Bruttopreis, so, ah ja genau, ja genau, also wenn Sie jetzt sehen können, dass die Preise sich vollständig in private Einkommen auflösen, können Sie eigentlich schon den nächsten Gedanken automatisch mitdenken, nämlich, dass alle Steuern auch jetzt schon in den Preisen drin sind, also sämtliche Steuern. Wenn ich die Flasche hier habe und sage, die kosten Euro 20 und also jetzt vor einem beliebigen Publikum frage dann, ja was kosten, wie viele Steuern sind hier drin, dann fangen die an zu rechnen, sagen ja 20 Cent Mehrwertsteuer und Nettopreis 1 Euro. Hm. Halt eben nicht. Weil in diesem sogenannten Nettopreis sind ja die ganzen Einkommenssteuern aller Menschen, die hier an dem Wertschöpfungsprozess beteiligt waren, sind ja drin. Also alle Steuern stecken da drin. Und jetzt könnte man auch da wieder stundenlang tief bohren, aber da haben wir jetzt nicht viel Zeit, deswegen mache ich es da ganz kurz. Deswegen ist es möglich, durch eine entsprechende Steuerpolitik und eben in Kombination mit dem Grundeinkommen die Mehrwertsteuer langsam zu erhöhen, gleichzeitig das Grundeinkommen einzuführen und die anderen Steuern runterzufahren, dann sinkt der Nettopreis und die Flasche kostet dann irgendwann, jetzt gehe ich mal in den Endpunkt gewissermaßen dieser Entwicklung, weil mehr Steuern als wir heute haben, wollen wir ja dann auch nicht einheben. In der Flasche sind heute schon versteckt insgesamt 60 Cent Steuern drin, also etwa die Hälfte kann man sagen. Wir haben eine Staatsquote von 50%, die übersteuern und so weiter, also kann man sagen, die Hälfte ist jetzt schon Steuern und Einnahmen. Und mit einer Mehrwertsteuer, das ist das Schöne, machen wir es endlich erstmals menschheitsgeschichtlich transparent. Wir wollen ja für ein politisches, demokratisches Gemeinwesen Transparenz, Klarheit haben. Die Einkommenssteuer verschleiert diese Zusammenhänge. Die Mehrwertsteuer, da sehe ich dann quasi, da habe ich auf meinem Kassenzettel, habe ich die Steuererklärung gemacht. Weil wenn es keine Einkommenssteuer mehr gibt, brauche ich auch keine Einkommenssteuererklärung. Die Unternehmen müssen zwar nach wie vor, aber das geht dann sozusagen ins Detail. Jetzt mache ich vielleicht einen kurzen Schlenker, auch wenn ich schon über der Zeit bin, dann haben wir sozusagen den Kern durch. Viele sagen dann, ja, ja, die Preise sinken ja nicht, weil die Unternehmen versuchen, mehr Gewinne zu machen. Und dann muss man sich klar machen, na klar, stimmt das. Manche Unternehmen, also wenn wir jetzt beispielsweise die Einkommenssteuern und die Unternehmenssteuern senken, werden natürlich die Unternehmen versuchen, höhere Gewinne zu machen. Es gibt aber zum Machen von Gewinnen nur zwei grundsätzliche Strategien. Entweder ich habe eine höhere Marge, da kann ich das gleiche verkaufen und mehr gewinnen, oder ich lasse die Marge gleich, aber verkaufe mehr. Dann habe ich beide Male habe ich mehr Gewinn. Das heißt, wir werden bei so einer Situation, wenn die Nettopreise sinken, automatisch die Situation haben, dass ein paar Unternehmen versuchen, die Preise gleich zu lassen und die anderen sagen, wenn ich die Preise senke, dann kann ich mehr verkaufen. Das ist halt der Wettbewerb. Und der Wettbewerb führt dazu, dass die Nettopreise insgesamt sinken. Dann kommen dann wieder einige Schlaumeier, zu denen ich auch gehört habe, und sagen, ja, aber wir haben ja gar keinen Wettbewerb. Aber muss ich klar machen, entweder wir haben Wettbewerb oder wir haben keinen. Und wenn immer gesagt wird, wir stehen weltweit im Wettbewerb, müssen deswegen die Leute entlassen, und deswegen müssen wir immer wettbewerbsfähiger werden. Und jetzt, wenn ich sage, naja, hier haben wir Wettbewerb, deswegen sinken die Nettopreise, sagen, na, wir haben hier überhaupt keinen Wettbewerb. Also, da muss man schon konsistent sein in der Einschätzung. Gut. Also, wir haben Wettbewerb, aus meiner Sicht unbestreitbar, ich schimpfe zwar viel über die Wirtschaftswissenschaften, aber an der Stelle haben Sie recht, dass wir also bei einem, wenn der Markt halbwegs funktioniert, Wettbewerb haben. Es gibt Dinge, die werden als handelbare Ware gehandelt, obwohl sie keine handelbare Ware sind, wie zum Beispiel Arbeitskraft, deswegen ist ein Arbeitsmarkt, obwohl Arbeitskraft gar keine handelbare Ware ist, und natürliche Ressourcen, mit denen muss man anders umgehen. Wenn ich aber was wie eine handelbare Ware betrachte, obwohl es keine ist, kommt es zu all diesen Verwerfungen und Krisen, wie ich sie im Augenblick habe. Aber da brauchen wir noch ein bisschen, bis das genügend Menschen auch sehen können. Gut, also, jetzt will ich den nächsten Schritt ganz kurz machen, dann komme ich zur nächsten Abbildung. Wir können also die Mehrwertsteuer erhöhen und die anderen Steuern senken und die Preise bleiben gleich. Wenn es irgendwann mal keine Einkommenssteuer mehr gibt, brauche ich keinen Einkommenssteuer Freibetrag mehr, wo keine Steuer ist, kann ich keine Steuern hinterziehen. So, was mache ich aber, um das Existenzminimum, wenn es nur noch die Mehrwertsteuer gibt, steuerfrei zu stellen? Und das ist eigentlich das Grundeinkommen. Die Idee beim Einkommenssteuerfreibetrag ist ja, dass das, was der Mensch zum Überleben braucht, steuerfrei konsumieren kann. Wenn ich jetzt heute sage, wir hätten, sagen wir mal, ein Existenzminimum je nach Rechenart von etwa 1.000 Euro und ich weiß, dass die Hälfte Steuern sind, heute schon, aber eben ganz verklausuliert, dann wäre es nur noch die Mehrwertsteuer. Also ich weiß, bei 1.000 Euro Preisniveau habe ich 500 Euro Mehrwertsteuer drin. Was mache ich also, um das Existenzminimum steuerfrei zu stellen? Ich zahle die 500 Euro an jede und jeden aus. Das ist das Grundeinkommen. So, das ist vielleicht, wenn man anfängt nach 30 Jahren, sauber durchgedacht. Wir können uns aber heute schon fragen, warum haben wir eigentlich heute sowas noch nicht? Da gibt es eine interessante Studie vom IWW in Berlin, DIW in Berlin. Ein Namens Bach hat die gemacht, die kann ich jedem zuschicken. Wenn Sie meinen Namen googeln, finden Sie meine E-Mail-Adresse und können Sie mir schreiben und dann kann ich Ihnen die schicken, also der Nachname ist Bach vom DIW. Die haben gesagt, also wir müssen eigentlich, weil wir heute für die Einkommensteuer einen Freibetrag haben, die Einkommensteuer war bis 2007 die Steuer mit dem größten Steueraufkommen. Seit 2008, seit der Mehrwertsteuererhöhung, ist die Mehrwertsteuer die Steuer mit dem größten Steueraufkommen. Mit welcher Begründung enthalten wir uns als Gemeinwesen eigentlich einen Steuerfreibetrag für die Steuer vor, über die wir am meisten Einkommen, also Steueraufkommen erzielen. Und die haben deswegen, das habe ich auch in meiner Dissertation gebracht, aber die haben sich nur auf diesen Punkt konzentriert und deswegen erwähne ich das gern. Die haben gesagt, also wir müssen im Grunde heute schon jedem, jeder Bürgerin, jedem Bürger 60, 70 Euro im Monat auszahlen, heute schon, wenn wir diese 600, 700 Euro Existenzminimum nicht nur von der Einkommensteuer freistellen wollen, was wir ja schon machen, sondern auch von der Mehrwertsteuer, was jetzt langsam Zeit wird. Und dann sind Sie quasi auch bei einem sehr eleganten Einstieg in das Grundeinkommen. Dann fangen Sie nämlich nicht mit 600 oder 1000 Euro an, die Leute denken, dann schafft ja keiner mehr was, sondern sagen, das steht eigentlich jedem von uns schon zu, wir fordern es nur nicht als Bürger. 60, 70 Euro. Und wenn Leute 60, 70 Euro erleben und denken können, dann können Sie auch eher 600 Euro denken. Das ist, also den Schlenker müssen Sie bitte noch erlauben. Das ist auch der Punkt, wo ich dann mit dem Herrn Werner angefangen habe, methodisch zu divergieren. Er hat nämlich gesagt, Herr Presse, das stimmt so nicht, das wäre so, er denkt halt als Händler, es wäre so, wenn Sie jemandem Mantel verkaufen wollen und Sie fangen mit den Knöpfen an. Dann bin ich zum Vortrag in Leipzig gefahren, da saß ich mit ihm im Zug, da hat er mir das gesagt und da habe ich lange drüber nachgedacht, fast ein Jahr später habe ich dann gesagt, Herr Werner, nee, so ist es nicht. Es ist so, wie wenn Sie sagen, ich will als DM, ich muss ja auch in seiner Welt dann versuchen zu formulieren, ich will als DM mal 1000 Filialen haben, ich kann aber halt nicht mit 1000 Filialen anfangen. Da hat er mir bis heute nicht geantwortet und ich spreche ihn auch nicht mehr darüber an. Also ich finde das über den Einstieg zumindest gedanklich und dann auch zahlenmäßig einfach einen schönen Einstieg. Gut, jetzt kommen wir zur letzten Grafik, das geht jetzt sehr schnell, insbesondere weil die fast identisch aussieht wie die erste, nur mit einer anderen Achsenbeschriftung. Ich fange jetzt mal hier an. So, die Achsenbeschriftung, die erarbeiten wir uns jetzt noch kurz gemeinsam und dann bin ich auch schon fertig. Und zwar, das können Sie auch in meiner Dissertation lesen, also es gibt ein soziologisches Konstrukt von einem Soziologen namens Jan Penn, einem Niederländer, auch etwa 1962, also 1962 glaube ich, das heißt Penns Parade. Und jetzt erkläre ich Ihnen, was da mit gemeint ist. Wir müssen uns dafür für einen Augenblick vorstellen, dass wir auf einer Zuschauertribüne jetzt hier sitzen, in einem Riesenstadion, also wir sind hier in der Zuschauertribüne und hier ist dieses Riesenstadion und jetzt kommt die gesamte Volkswirtschaft, jeder einzelne Mensch reinmarschiert, innerhalb einer Stunde. Und jede und jeder ist so hoch wie sein Einkommen, kann man sich ja gedanklich, so. Dann haben Sie also die ersten 20 Minuten die Parade der Zwerge, dann haben Sie nochmal 20 Minuten die Parade der Mittleren und am Schluss haben Sie dann so die letzten zwei Minuten laufen noch die Giganten ein. Vielleicht der Werner auch ein bisschen, obwohl er immer sagt, ich habe gar kein Geld, stimmt auch. Aber der Wirt oder so, also die wirklich unbestreikt, die auch vom Statistischen Bundesamt nicht erhoben werden. An der Stelle wird es politischer Sprengstoff. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Gut, also wenn wir uns jetzt nach einer Stunde kommen, dann die Volkswirtschaft zum Stehen und da haben wir in etwa, wenn hier das Tribüne, hier ist dann das Stadium, haben wir etwa dieses Bild. Und wenn Sie das jetzt rumdrehen, haben Sie eine schöne Annäherung an die Einkommensverteilung in unserer Volkswirtschaft und in vielen anderen Volkswirtschaften auch. Und das sieht folgendermaßen aus. Jetzt kann man sich, wie mache ich das? Also jetzt könnte ich es mal ganz einfach machen und einfach nur so eine Kurve zeichnen wie vorhin. Ich werde noch einen Grad detaillierter, dann merken Sie nämlich, was wir als Grundeinkommen für die Finanzierung brauchen. Es sieht in etwa so aus. So sieht es in etwa die Einkommensverteilung aus. So, und dann steht hier irgendwo 80,8 Millionen, das haben wir von den Zahlen von 2003 gemacht. 2008 gab es dann neue Zahlen. So, und hier ist das Einkommen. Hier ist mir irgendwo, keine Ahnung, vielleicht hier bei 1000 Euro oder so. So, und Herr Werner und insbesondere Herr Eichhorn, der mich wissenschaftlich betreut hat, Herr Werner ist ja kein Wissenschaftler, aber der Herr Eichhorn hat mich wissenschaftlich betreut. Da habe ich immer zu meinem Eichhorn gesagt, aber hier stehen ja nur 80,8. Wir sind aber doch 82,6. Ja, und das können Sie nicht so sehen. Und dann zwei Abende vor meiner mündlichen Dissertationsverteidigung. Das hat dann Gott sei Dank niemand gefragt, aber auf die Frage hätte ich noch eine Antwort gewusst. Hat er nämlich immer gesagt, Herr Eichhorn hat immer gesagt, das ist Abschreibung und so, und das ist bei einem Unternehmen. Da sage ich, Herr Eichhorn, Unternehmen gibt es nicht, also gibt es zwar schon, aber das sind ja Menschen. Also muss es auch bei den Einkommen der Menschen drin sein. Und zwei Abende vorher bin ich zu ihm gekommen, auf den Geigersberg hoch, habe ich gesagt, Herr Eichhorn, ich weiß, was es ist. Ja, sagt er, was ist es? Sag ich, das sind die, die vom Statistischen Bundesamt nicht erhoben werden. Das sind nämlich noch mal etwa 300 Milliarden Euro. Also die Gesamtbevölkerung hat etwa 1,2 Milliarden an Einkommen und die 2 Millionen haben noch mal 300 Milliarden. Das glaubt er mir bis heute nicht. Aber ich habe noch keinen erlebt, der, also es gibt viele, die das bestreiten, sagen, nein, das ist eine Abschreibung und so. Ja, ich habe das mal versucht, auch dafür die Einkommensverteile. Wenn das 99 Prozent sind, unsere Leute, die 99 Euro, für das letzte Prozent, für den Herr Eddy, der ja Gottsehlichheit ist, der ist in einem Abstand von 5,5 Kilometer. In dem Maßstab, 5,5 Kilometer. Das heißt, der macht keinen Unterschied mehr zwischen einem Handler-Hatz-Vierempfänger und einem Millionär. Das finde ich einen wunderbaren Punkt, der macht das nämlich noch mal deutlich. Also hier, nicht Zentimeter, sondern 5,5 Kilometer. So, aber jetzt kommen wir dann, sagen wir mal, in vorrevolutionäre Gedanken und das wollen wir heute jedenfalls nicht machen. Und jetzt geht es erstmal nur um die Frage, aber dafür denken Sie auch noch zu wenige. Das ist, wie wenn wir jetzt 1781 oder was hier zusammen säßen, da passiert erstmal nichts. Erst zwei, drei Krisen weiter. So, jetzt geht es um die Frage, was kostet es, ein Grundeinkommen zu finanzieren? Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn wir jetzt anfangen zu rechnen, ja, 800 Mal und so weiter, da komme ich auf eine Billion. Schön und gut, komme ich vielleicht. Aber so darf ich halt nicht rechnen. Weil, also, das habe ich jetzt nicht erklärt, sonst hätte es noch länger gedauert, mir ist es eh schon über der Zeit. Also, das Grundeinkommen, das war für mich auch schwer zu denken, darf man, wenn man es finanzieren will, nicht additiv denken. Wenn ich nämlich sage, jeder kriegt auf das, was er eh hat, schon das Grundeinkommen oben drauf, dann kostet es nämlich genau den Betrag, wo die Leute mal anfangen, 800 Mal. Aber, das kann man machen, dann sagt man, es ist jetzt finanziert, endet der Durchsage, gehen wir heim. Oder wir sagen, es gibt eine Möglichkeit, wie es finanzierbar ist, das ist nämlich die substitutive Auszahlung. Also, jeder, der heute schon mit seinem Einkommen 600 Euro hat, kriegt halt, oder was auch immer, das malen wir jetzt gleich an, also, jeder, der quasi heute schon 800 Euro hat, machen wir es am besten noch ein bisschen qualifizierter, 800 Euro, hat ja heute schon die 800 Euro. Also, wenn ich zum Beispiel Sozialhilfe oder Hartz IV oder so habe, dann bekommt bei einem Grundeinkommen von 800 Euro jetzt nicht Hartz IV plus Grundeinkommen, sondern das wächst in die bestehenden Löhne und Gehälter und natürlich auch Transferzahlungen hinein, Rente übrigens auch, dann sagen wir wieder, das ist aber unfair und okay, aber das, so. Und wenn wir uns jetzt klar machen, dass für alle, die heute schon ein Einkommen von 800 Euro haben, kostet es, also an, das ist jetzt nicht ganz sauber, kostet es an finanziellem Mehraufwand nichts, weil, ne, das zahlt es halt nicht mal als Einkommen oder als Transferzahlung aus, sondern als Grundeinkommen. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind nochmal spannend, aber das wird jetzt nochmal ein paar Minuten dauern, das mache ich jetzt nicht. So, das heißt, wir haben einen echten Mehrfinanzierungsaufwand, nur bei den Leuten, die heute unter 800 liegen. Und das ist etwa dieser Zwickel hier. So, da hätte ich jetzt eine andere Farbe, üblicherweise mache ich das noch rot, können Sie aber sozusagen in der Dissertation noch nachlesen. Also jetzt mache ich das nicht. Dann würde man sagen, das sind Peanuts. Genau, würde man sagen, das sind in der Tat Peanuts, also je nachdem, wie man es finanziert und wie hoch das dann ist, kostet es 10 oder 20 Milliarden Euro und das bedeutet 1% Mehrwertsteuer erhöhen. Und es gab mal eine Partei, die sich dafür interessiert, dann habe ich es mit denen mal durchgerechnet, also man könnte es so machen, dass man die Mehrwertsteuer erhöht um 1% und an jedem irgendwie 20 Euro auszahlt und das kannst du ein paar Jahre hintereinander machen, nach 10 Jahren bist du halt auf 200 Euro gewachsen, kannst du auch schneller machen, kannst du langsamer machen, aber so kann man es machen. Also einfach, dass Sie diesen Gedanken mal überhaupt mal sozusagen kurz ins Bewusstsein bekommen, das können Sie sich dann immer wieder sozusagen selbstgedanklich erschließen und bestimmt auch einige kritische Gedanken haben, aber hier kann man sich an dieser Grafik einfach deutlich machen, was als finanzieller Mehraufwand, wenn man sagt, was kostet es, finanzieller Mehraufwand sind hier wirklich die Peanuts. So, damit bin ich fertig. Vielen Dank, sorry für das. Vielen Dank.